Rentensensation. Strompreisbremse für Millionen Rentner soll zum 1. Januar 2023 kommen. Weitere finanzielle Entlastungen angekündigt. Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Thema gestiegene Energiepreise lässt uns alle in Deutschland nicht mehr los. Es ist praktisch tagesaktuelles Thema. Wir kommen da leider nicht mehr drum rum. Die Gas- und Wärmepreisbremse ist beschlossene Sache, das wissen Sie. Offen ist nur, ob die Gaspreisbremse für alle Verbraucher und kleinere Unternehmen schon zum 1. Januar kommt 2023 oder tatsächlich erst zum 1. März 2023, wenn der Winter vorbei ist. Der Druck auf die Bundesregierung ist groß. Viele Unternehmen kündigen gerade ihr Aus an oder haben schon die Produktion stillgelegt. Also da kommt auch eine ganz schlimme Sache auf uns zu. Am 24.10.2022 lässt es Robert Habeck mal wieder so richtig krachen. Zum 1. Januar 2023 soll neben der Gaspreisbremse auch noch die Strompreisbremse kommen. Habeck sagt konkret, die Entlastung beim Strompreis muss in jedem Fall spätestens im Januar einsetzen. Darauf zielen wir. Die Bundesregierung will analog zur geplanten Gaspreisbremse, die für private Haushalte und kleinere Firmen wahrscheinlich erst zum 1. März 2023 kommt, eine Strompreisbremse umsetzen. Und finanziert werden soll dieser ganze Spaß unter anderem durch die Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen der Energieunternehmen. Zufallsgewinne sind Gewinne, so Habeck, von denen die Energieproduzenten niemals zu träumen gewagt haben. Das ist schon eine Frage der Solidarität, dass davon ein Teil dem Gemeinwohl dient. Aber natürlich schauen wir uns die Aufwirkung auf die Investitionen ganz genau an, so Habeck. Ja, also wenn man sich jetzt mal die Preissprünge bei den Energiepreisen anschaut, dann muss man schon feststellen, dass hier Gewinne realisiert werden, von denen die Energieunternehmen und Energieverkäufer und Einkäufer sich niemals vorstellen konnten, dass so etwas überhaupt möglich ist. Wie genau die Strompreisbremse aussehen soll, ist aber noch völlig offen. Also wir wissen da auch noch nichts. Aber ähnlich wie die Gaspreisbremse soll sie für eine deutliche Entlastung für Stromkunden, welche ja auch Rentner sind, sorgen. Es kann sogar sein, dass die Gaspreisbremse schon mit der Strompreisbremse ab 2023 eingeführt würde. Doppelte Entlastung sozusagen für uns alle ab 2023. Näher zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.